hallo und herzlich willkommen bei pioneers of pagonia so wir sind eifrig dabei unser 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 ort hier unser dorf entsprechend auszubauen wir haben der letzten folge schon mal ganz böter auch gedacht und ist irgendwie komisch aber nein ist nicht ist es schon so niedrig nicht nicht schon dazu niedrig muss irgendwie anders an einstellen hier und wie auch immer oder ich mir einfach gerade hinsetzen so wohnen herstellung im gange wir sehen die brunnenmeisterin bei ihrer täglichen arbeit sie besorgt da gerade wasser das wasser wird aktuell benötigt für die forstleute hier genau fürs forsthaus um hier entsprechend die bäume die neuen bäume anwachsen mir fällt jetzt das wort ja das hier neue bäume entstehen dafür zurückzutragen eine gute idee ist bücherlich so muss man erzählt war dann war ich jetzt hier mit dem hier die sind da ist das wahrenlager voll das ist nicht gut und hier entstehen also hier wachsen neue bäume die ist hier eigentlich sogar nicht so nicht geplant gewesen vielleicht sollte ich mal ganz kurz oder sinn macht das forsthaus da war ganz kurz schlafen zu schicken ich kann aber auch folgendes machen ich lasse den einfach mal hier so lange wie es sinn macht werde ich stört und so weiter und jetzt nicht den fokus und mal hier so hin und ich habe ihm gesagt soll das alles verfallen also genauso große bäume ausgewachsenen bäume wie junge bäume ich glaube das macht sinn so problem ist natürlich dass er jetzt hier nicht weitermachen kann weil sein warenlager voll ist komplett selbst selbst mit feuerholz ok dann lasse ich den kurs pausieren das sind ja noch einige bäume die hier heran wachsen sägewerk ist ebenfalls voll und wie sieht es hier mit aus wir sind auch dicht ok dann mache ich hier zwei lager für glaubt einer für nadelholz stimme so wir müssen bauen holzberg stadt baustellen camp ok liste wird über länger die liste ist das ja kuriosen wasser versorgen bilderhaus bauen die holte die wohnhäuser ich glaube wir fangen einfach mal mit den wohnhäusern an die haben wir ja schon seit längerer zeit hier auf unserer liste stehen und ich glaube so langsam ist auch der zeitpunkt gekommen wo ich mich darum kümmern muss kann man immer nicht merken in welcher rubrik die sind ich glaube hier bin ich richtig doch nicht das ist schlecht aus verarbeitung der bevölkerung und mahlzeiten wenn ich dieses essen hier teller und messer und gabel hier sehe dann denke ich natürlich in erster linie ans essen an zeiten wir haben hier noch mal diesen nahrungsbereich klar ne aber dann auch die wohnhäuser darunter zu finden sind das ist immer so ein punkt ich weigere mich den anzeigen nein ich denke ich denke da einfach nicht dran ist das ist der ganze punkt so 1 so geht das so kann ich das so machen gibt das eher zwei drei natürlich nicht mehr hin ich war gerade mit diesem x und hatte ich da gelesen ach so das was ich die ganze zeit mit der maus mache und so ein bisschen frickelig ist mit der maus das kann man dann hier mit der tastatur auf und wesentlich angenehmer hier kriege ich so ein häuschen hintermacht einfach mal so dann haben wir unsere drei häuschen problem ist wir müssen hier dann aber auch so in der nähe zumindest hier die taverne hinsetzen die braucht einiges am platz deswegen bin ich mal ein bisschen so komisch hier und 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 guck hier von wegen mit den mit den bäumen und so und auf einer seite brauche ich so auf der anderen seite sollten die nicht zu weit hier rein wachsen deswegen wir das ganz gut wenn die hier weg sind die hier vielleicht auch weg sind ich meine ich haben wir haben hier noch ein bisschen und dadurch dass ich den fokus punkt von den gebäuten hier den holzfäller hütten und so weiter verschieben kann macht das sinn das ganze vielleicht ein bisschen zu verschieben und mal gerade an dem selber um so für mich so anspreche und setze ich den doch mal dahin beispielsweise ich kann ja noch ein bisschen näher heran flexibel so das ist hier so der bereich die sind da muss jetzt gar nicht sein weil ich habe da sehr viel holz und ich habe ja noch dieses teil hier und der steht eigentlich ganz gut an der fokus punkt könnte vielleicht ein bisschen so hier noch setzen und das passt ganz gut und dann können die vier sich erstmal hier um den bereich kümmern der bin gesagt er bleibt so lange wie ich unbedingt benötige wenn ich die entsprechenden gebäude und wege und so weiter gebaut habe dann hat sich das sehr wahrscheinlich erledigt wo ist denn jetzt holzfäller und die holzfällerhütte wir hatten doch das forsthaus da eigentlich ganz gut gesetzt wenn ich mich ein bisschen so mehr in diese richtung konzentriere ist vielleicht nicht verkehrt wenn ich den hielen setzen würde ach so das heißt ich war jetzt das immer ja das hat ja nur begrenzt einfluss warum verschiebt sich das nicht weil das immer noch der also das ist sozusagen der kernpunkt die gehen zuerst dann dahin ja und 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 machen hier dinge bevor sie dann halt weiter in die indien sich genau also hier in diesen äußeren bereichen bewegen aber der verschiebt nicht wirklich den gesamten bereich zu halten und der wird durch das gebäude vorgegeben es war so ein bisschen ist jetzt keine wirklich keine kritik ist schon schon in ordnung so wie sie das gemacht haben ja das ist mehr so dann so ein bisschen fein stift also die gegen quasi grob die richtung vorne aus welches gebiet wird wenn man so viel beackert und hier wird dann gesagt sondern also erst mal hier in dem bereich und dann geht ihr weiter und wenn das wenn das da hier nichts mehr bringt oder so naja so die häuschen sind fertiggestellt bis auf das letzte sind sie noch am bau jetzt gerade in dem moment fertig hier sind jetzt alles da da tut sich schon was ist cool werkstatt gemüse fernklar proviant wohnhäuser habe ich taverne jetzt geht das mit der taverne nämlich los gilde haus gilde haus wo war jetzt wieder das gilde haus lag und handel glaube ich nicht könnte theoretisch bevölkerung also mit dem gilde haus bestimme ich welche arbeiter ich habe das ist das einfach mal so proviant machen marktbrunnen taverne bergbau macht man sind verarbeitung macht eigentlich auch keinen sinn ausrüstung und ausbildung ausbildung das ist das stichwort gilde haus genau wir werden mit sicherheit noch weitere wohnhäuser brauchen wenn wir wahrscheinlich irgendwann mal ankommen hier irgendwie das können wir ja schon aus der vorhergehenden aus dem vorhergehenden geschichte aus der vorhergehenden geschichte mein gott dass da auf einmal dann die die anweisung kam ich brauche doch jetzt insgesamt fünf von den netten häuschen dann würde ich das bilde haus ausbildung klar hier vielleicht hinsetzen wollen dann macht es am wenigsten ist es da im weg das tour drehen das war auch eine sache geht aber so ok bilder haus im auftrag gegeben das schon mal nicht verkehrt taverne würde ich tatsächlich anfangen auftrag zu geben ja das habe ich mir selber ein beinchen gestellt sich gerade mit dem bäumchen da nicht gerechnet ist jetzt immer jetzt hierhin der teiler muss weg die wollen so wissen meine herren bilder haus habe ich den auftrag da wären noch nicht ist natürlich auch noch nicht genau richtig du bist der held des tages lass dich feiern mein freund oder meine freundin ich bin mir nicht ganz sicher wo die kamera irgendwie kamerabild oben runter da 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 hält sie sagen hält des tages holzfäller hat leider keinen namen tut mir sehr leid man kann ihnen auch keinen namen geben ich würde es gerne tun aber der holzfäller der ist er ist es so ok der hat mich gerettet das heißt ja bitte nein gemüse von getreide waren also nicht gesehen dann ist es der ich kann es nicht mehr proviantmacher wohnhaus markt stand da wären die marktstände spielen da ja auch noch rolle ich kann es einfach hier so über die tabelle auch für dich alles cool so ist es nicht so ist es wirklich nicht so cool mit der y-taste und drehen und wenden wie man will das finde ich cool ich will ganz gerne noch mal die kamera ist man alle wohl drehen so aber immerhin die taverne nimmt relativ relativ großen aktionsradius also selbst wenn ich hier so hinsetzen würde wäre würden die äußeren häuser da noch mit versorgt werden können sehr sehr cool bis dahinten könnte ich häuser bauen ohne eine weitere taverne bauen zu müssen also hier bist du in dem bereich nämlich mit wohnhäusern klar ja da sie ja schwerpunktmäßig für die wohnhäuser gedacht ist würde ich den eingang vielleicht tatsächlich so drehen das aus unseren anknüpfungspunkt an der straße so doppelklick und doppelklick abschließen rechtsklick schließen wenn man so will ich habe immer noch den holzbladen start was war noch mal so 15 tische brauchen wir glaube ich nicht oder wie viel war nie 45 sind es weiter weil 15 feld da habe ich mir total vier es tische sollen es sein die kriegen wir hier locker hin so hier ist tische mache ich mir noch ein bisschen weg so damit haben wir das in auftrag gegeben dann kann kann das schon mal fertiggestellt werden und man sieht direkt die pusteln jetzt die bäume aber hallo brauche ich euch wieder ganz schnell okay ich lass das mal weg so ich muss mal ganz kurz schauen okay also die sind die sind die sind die müssen wir daran hier ist jetzt erst mal so weit alles im weg stehen könnte ich lasse den ort kurz dem mal und hier so fokus punkt mit fall des falles ansonsten würde ich den halt auch dann irgendwann weg was ich natürlich brauche ist da werden es tisch mag kann ich aber glaube ich sie sind noch nicht im auftrag farmland genau das wäre dort nächste große dinge von jetzt aber die bäume ganz schön heftig gut wo kann ich denn hier das wäre natürlich auch ein ideales farmland geworden ja mal ganz nebenbei da nicht vielleicht ein bisschen zu vorschnell ist da vorgegangen und ein bisschen zu viel platz dem jetzt überlassen auf der anderen seite gemüsefarm um blick mal eben gemüsefarm gegen wir lock auf block ich hierhin ja gut auf der jetzt nicht so unbedingt könnte ich beispielsweise hier so hinsetzen lösefarm weg und dann brauchen wir farmland 2 und natürlich jetzt ein bisschen heftig werden aber einfach mal ich muss dann hier ran damit ich die grenze sehe die müssen ungefähr hier sein ich muss erst mal hier drin ist egal ganz gut aus genau einer hier ich das wollte noch in der mit der kamera noch hier so ist auch gucken findet auch noch einmal 13 13 13 13 oder bin ich ein bisschen nicht ein bisschen verrutscht sich gerade naja so ja kein schöner preis gewinn 14 15 wird schwierig das ist natürlich das aus dem weg verdammt sonst hätte das natürlich jetzt wunderbar funktioniert dann sie sich das einfach daran funktioniert das ist ein bisschen ärgerlich aber ja wollen wir mal nicht so wollen wir mal nicht so sein wo die zeit kommt auch wieder kommen kommen ja auch schwer in die quere keine zu sagen ja wir brauchen natürlich noch doch die märkte damit die taberne die entsprechende zutaten kaufen kann die müssen die musik noch ein plan da kommt dann auch noch ein entsprechender brunnen dazu scharlach blüte ich habe drei von fünf von sieben moment drei von fünf von sieben das werden später herausfinden was das zu bedeuten hat so ist der ist der wieder aktiv normalerweise müsste der musik und blau ja ich denke schon gut die haben spieler jedoch lager voll ach sobald ich machen wollte ich wollte man noch ganz kurz machen können ich krieg einfach mal hier so denn denn den stein metz und dann geht mal auf die ich nenne das finde heute noch geht doch nicht es ist wie ich schon vermutet hatte mit territorium gebäude sind die wachtürme mit gemeint eventuell vielleicht noch irgendwelche militärischen einrichtungen das mag sein aber wenn ich jetzt hier die holzfüllerhüte anklicken und ich klicke auf geht dann ist er erst mal zu diesem wachturm und dann springt er nur zwischen den wachtürmen und her geht also auch nicht wenn ich jetzt hier die stein mit stein mit hüte anklicken und ich mache den tabulator dann komme ich bis zu diesen stein mit hüte und dann ist sie nur das ist nur angezeigt das gleiche mit dem mit den holzfeldern weil wenigstens das wird gemacht dann hat man immerhin schon mal so dass man eine übersicht hat über die einzelnen rubriken das ist auch schon mal nicht verkehrt gut kann man mit leben ist nicht das was ich mir eigentlich selber so wünschen würde aber okay ist hier nicht wie sagt man strenger sein also unbedingt notwendig ist hier bin ich ja auch schon so bisher nicht schön aber geht so das soll es für diese folge dann auch gewesen sein ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder ich bedanke mich für euer dabei sein für eure unterstützung und wünsche euch wie immer alles alles gute genießt die zeit ja 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 ja